hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer ankündigung ja kein let's play das ist die ankündigung für unser langes osterwochenende spezial ich werde am karfreitag am ostersamstag ostersonntag und ostermontag jeweils eine folge dementsprechend dreimal xl lang machen sozusagen wir werden am 14 freitag anfangen mit dem amerikanischen outback werden am 15 sprich samstag mit saxonia weitermachen am ostersonntag mit winterberg und am ostermontag mit giants island ja jeweils die folge von der genannt von dem genannten display wird eine extreme überlänge bekommen das heißt wenn ich sonst meine xxl folgen mache sind wir ja bei h ist aber so zwischen 50 minuten 48 50 minuten bis hin zu knapp über eine stunde so eine richtung meine vorgabe hier für mich selber ist jetzt bei der x weil ein x dazu kommt mindestens so 75 bis 80 minuten mindestens zu haben also ich gehe davon aus dass die meisten eigentlich über 80 minuten vielleicht sogar 90 minuten werden ich muss mal gucken wie es hinkommt muss eben sehen wie das mit den aufnahmen hinkommt aber wie gesagt langes osterwochenende spezial jeweils die genannte das genannte als play was ihr da seht an dem jeweiligen tag in einem dreifach xl format ja ich hoffe es gefällt euch ich hoffe ihr seid mit der bahn ich hoffe ihr guckt auch die folgen bis dahin natürlich und dann natürlich auch das oster special wenn schlechtes wetter ist habt ihr was zu gucken ein gutes wetter ist ja holt ihr es halt nach sucht euch passenden zeitpunkten aus guckt es in mehreren etappen wie es euch am besten passt aber für die leute die zeit haben und bewusst noch nichts vorhaben ist es natürlich dann sozusagen ein kleiner extra boost an let's place ja dann sage ich vielen dank fürs zu hören dieser kleinen ankündigung und dann bis in die folgen vielen dank